Hallo ihr Lieben, ich möchte mich ganz ganz herzlich bei euch für die Mails, Anrufe, Einflüge bedanken. Ich habe mich sehr gefreut. Die meisten werde ich von euch immer mal wiedersehen, worauf ich mich sehr sehr freue. Ich möchte auf diesem Weg einfach mal Danke sagen und sagen, auch wenn man wieder ein Jahr älter wird, man kann das Leben richtig schön genießen. Also habt Spaß, bleibt heiter und wir sehen uns und noch mal vielen vielen Dank. Ich möchte mich für immer noch mal wiedersehen, ich möchte mich für immer noch mal wiedersehen.